Dieses Video gibt dir alle wichtigen Informationen über den Casiris A6 Beamer. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Der Casiris A6 Beamer bietet eine Vielzahl von Funktionen, die dein Heimkino-Erlebnis auf ein neues Level heben. Der Casiris A6 Beamer verwendet die fortschrittlichste optische Triple-Laser-Lichttechnologie, die reine RGB-Laser verwendet, um Farben direkt zu liefern. Dadurch wird eine beeindruckende Farbgenauigkeit und Farbbrill-Lanz erzielt. Mit einer Abdeckung des BT-2020-Farbraums von 107% und einer Farbraumabdeckung von 202% REC 709 und 149% DCI-P3 bietet der Beamer eine herausragende Farbleistung. Den meisten werden diese Abkürzungen kaum etwas bedeuten, doch kann man sagen, dass die Farben lebendig und realistisch sind, wodurch ein beeindruckendes Kinoerlebnis entsteht. Mit einer Anzeige von 1,07 Milliarden Farben bietet der Casiris eine unglaubliche Detailanzeige. Dank der HD A10-Technologie und einer Auflösung von echten 4K UHD mit 8,3 Millionen Pixeln werden Filme lebendig und zeigen reiche Details in den Lichtern und Schatten. Egal, ob du Filme, Serien oder Spiele ansiehst, du wirst das Gefühl haben, als ob du mit eigenen Augen dabei bist. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal des A6-Beamers ist der fesselnde Sound. Mit Dolby Atmos und DTS-Audio-Technologien tauchst du vollständig in die Welt der Unterhaltung ein. Der Klang wird aus allen Richtungen übertragen und erzeugt eine immersive Klangkulisse, die dich direkt ins Geschehen zieht. Egal, ob es sich um Actionfilme, Spiele oder Sportübertragungen handelt, der Sound des Beamers lässt dich alles hautnah erleben. Der Caseres ist auch extrem platzsparend. Mit einem Ultraschorts-Ruhverhältnis von 0,25 zu 1 kannst du den Beamer einfach in einem Abstand von nur 11,7 Zoll von der Leinwand platzieren und dennoch ein 120 Zoll großes Bild erhalten. Das spart nicht nur Platz, sondern bietet auch ein beeindruckendes Seherlebnis. Du kannst das Beamer-Erlebnis genießen, egal ob du Fußballspiele, Filme oder Serien schaust. Wir haben einige repräsentative Kundenmeinungen herausgesucht. Viele Kunden haben positive Erfahrungen mit dem Caseres A6 Beamer gemacht. Ein Kunde merkt an, dass die Lautsprecher überraschend kräftigen Klang bieten, besonders für Filme. Die verschiedenen Soundmodi führen zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber im Allgemeinen ist der Klang für Filme gut geeignet. Andere Kunden erwähnen ein hochfrequentes Serien, das bei helleren Lichtmodi auftritt und aus der Entfernung deutlich hörbar ist. Dieses Geräusch kann bei der Betrachtung störend sein und wird von einigen Kunden als negativer Aspekt des Beamers genannt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass nicht alle Kunden dieses Problem erlebt haben und es kann von individuellen Geräten abhängen bzw. bei der aktuellen Generation behoben worden sein. Ein weiterer positiver Aspekt, den Kunden erwähnen, ist die Benutzerfreundlichkeit des Caseres. Die Einrichtung wird als einfach und unkompliziert beschrieben und die Bedienung über die Fernbedienung oder die Smartphone-App ist intuitiv. Die Miniführung ist übersichtlich gestaltet, was die Navigation und Einstellung der gewünschten Funktionen erleichtert. In Bezug auf die Bildqualität sind die meisten Kunden mit dem Caseres A6 sehr zufrieden. Die gestochen scharfe Darstellung von Details, die hohe Helligkeit und der breite Farbraum werden häufig gelobt. Der Beamer liefert ein klares und lebendiges Bild, das auch in hellen Umgebungen gut sichtbar ist. Die Funktionen zur Anpassung von Bildparametern ermöglichen es den Benutzern, das Bild nach ihren Vorlieben anzupassen und optimale Ergebnisse zu erzielen. Einige Kunden haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Schwarzdarstellung des Beamers nicht perfekt ist und in dunklen Szenen etwas schwach sein kann. Dies kann zu einem geringfügigen Verlust an Bildtiefe führen, insbesondere wenn der Raum nicht vollständig abgedunkelt ist. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass dies ein bekanntes Kompromiss bei Ultrakurzdistanzbearmern sein kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Caseres A6 Beamer viele beeindruckende Funktionen bietet, darunter eine hohe Auflösung, einen erweiterten Farbraum, immersiven Sound und eine platzsparende Bauweise. Kunden loben die Bildqualität, die Benutzerfreundlichkeit und den kraftvollen Sound des Beamers. Einige Kunden haben jedoch leichte Kritikpunkte bezüglich des Betriebsgeräuschs und der Schwarzdarstellung in dunklen Szenen geäußert. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Wir hoffen, dass dir das Video bei der Kaufentscheidung geholfen hat. Bitte klicke auf Daumen hoch und abonnieren, um unseren Kanal zu unterstützen. Und vielleicht interessieren dich auch unsere anderen Videos, die hier eingeblendet werden. Bis zum nächsten Video.